Der US-Musiker R. Kelly ist im Prozess um den sexuellen Missbrauch Minderjähriger schuldig gesprochen worden. Vor einem Bundesgericht in New York verurteilten die Geschworenen ihn in allen neuen Anklagepunkten. Das Strafmaß gegen den 54-jährigen Sänger des Welthits I Believe I Can Fly soll erst am 4. Mai verkündet werden. Ihm droht eine langjährige Gefängnisstrafe bis hin zu lebenslanger Haft. Kelly sitzt bereits seit 2019 in Untersuchungshaft. Dem Musiker wurden in dem Verfahren unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung und Sexhandel zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, ein ganzes Netzwerk von Helfern aufgebaut zu haben, um junge Mädchen und Frauen zur Befriedigung seiner sexuellen Gelüste zu rekrutieren. Seine Opfer soll er teils eingesperrt und brutal missbraucht haben.